Willkommen zurück zu einer neuen Runde SV-League auf Tunnel Station 2 und Dunem Team. Oh mein Gott. Ich glaube, dieses Match werden wir gewinnen. Ew, hat ein DC. Wie schön ist das denn? Naja, dann nehme ich mal einfach so auf. Naja, ich kann... Mann, ich will in dein Team. Ich... habe... es. Ich werde nicht lieben. Ich will doch nur einfach in dein Team. Ist das so schwer? Ja, irgendwie schon. Gleich werden er raus. Boah, das ist ein Witz, oder? Cool. So ein bisschen. Ich komme einfach nicht in den Scheißraum rein. Ja? Ich auch. Ich bin da drin gewesen und jetzt... Es war so klar. Es war so klar. Ich... Ich will doch einfach nur in dein Team. Ich mag die Aufnahme jetzt schon. Ja, ich will in dein Team. Oh, ich hasse es. Immer passen. So ein Scheiß. Ey, ich hasse es langsam. Ist doch nicht zu passen, oder? Taddy Nummer eins. Von... Wer hat Taddy gemacht? Äh, ich? Wer wohl. Hau den Spruch raus, das kommt schon an. Nein. Nur das ist gerade ein bisschen unfair, weil wir viel zu viel sind. Und Donne, du sprach. Ich hätte... Ich hätte ne Runde. Ich hätte ne Runde. Ich auch. Ähm. Cool. Ist in eurem Team noch Platz frei? Äh, ja. Nein, Gegner-Team. Donne. Ich geh mit zu Donne. Ich will den zuschauen. Das ist cool. Oh mein Gott, du bist Erster und Donne nicht. Ich weiß, ich hab auch... Ich bin ja auch ein... Dings. Ah, Ice Wings hat einen Raum getreten. Er will wohl gegen uns spielen. Ah. Naja. Wirst du jetzt in ne Runde mich nerven, oder was? Ja. Ist gar nicht schön, Björn. Gegen dich. Ach. Ist immer nervig. Pass auf. Äh. Donne. CS-User. CS-Pro. Autsch. Aua. Ich wurde abgeschnallt. Ja? Du bist doch. Ja. Ich weiß nicht. Ich bin bei dir im Team. Da. Warum kann ich ran? τα Ahmet. Es trüß schon. Irgendwo. 委呈. Oh, Alter! Aber seit wann hat Donner ne Samiriffle die nicht... Achso, die ist goldene. Glitzwerker? Hab das Look verwechselt. Oh, ich... Oh, CS! Sorry. Ich bin in deine Wurme reingelaufen. Ach, wie das Z-Gespan wieder losgeht. Edward, hau mich nicht. Also ich bin ja gespannt, ob er auch gerade aufnimmt. Wenn ja, dann sehen wir uns später selber. Wir haben jetzt erst. Wenn auf seinem Team einer lief, dann kam ich sofort rein. Wer will ihn schon lieben? Du? He, witzig. Du bist so ein Sprayer. Hehehe, witzig. Wie witzig. Wie witzig. Baaam! Baaam! Tschüss. Gut. Du renn vor. Ich bleib hier und kämpfen müssen. Du könntest auch den Ball abschrauben, wenn du magst. Ne, ich hab zu wenig HP. Nicht vorrennen, nicht vorrennen! Hehehe, okay, zu schwer. Nimm den Ball. Warte. Ich kämpfe mich gerade durch Eduard durch, aber bei Eduard ist es die einzige, wo ich keine Chance hab. Oh, jetzt seh ich sein Set. Jetzt hab ich ein Triple-Fill gemacht. Du, Donne und jemand anderes. Oh mein Gott. Aua, ich wurde gesnippert, aber ich war noch in Schutzzone. Oh, deine Bombe! Ich hasse sie! Ich bin schon wieder reingerannt. Ich bin auch reingerannt. Ja, ich bin reingerannt. Ich hasse das. Warum ist deine Bombe so stark? Ja? Wer wird dich? Wer wird dich? Wer wird dich? Eigentlich hab ich mal komplett meine Falte... Eigentlich hab ich gerade meine Station-1-Kampf hier mit, weil wir eigentlich Station-1 spielen wollten. Aber irgendwie hat sich das wohl anders ergeben. Diese Bombe, ne? Ja, und Kims CS-Spam. Jaaaa! Entschuldigung. Ich glaub ich sollte mal schießen. Rennst halt nur mit CS rum? Ja, so ziemlich. Das war mal lustig. Ja klar! Ja klar! Das war mal lustig. Ja klar! Lass die zusammen-spam! Oh, das war mies! Und dann von Donne weggespray. Ja, ist klar! Ja? Irgendwie war das geil! Logik! Logik? Es gibt keine! Ach, Donne haus auf! Die haut mich! Rot! Hau mich nicht! Ich versuch mal eine Runde zu rushen! Vergiss es, Arian! Was? Was ist kein Gefecht? Ja, ich weiß! Ich hab dich gerade noch gekillt! Boah, das ging grad noch so gut! Du bist besser als Donne! Ja, kommt noch! Ja, sorry für den scheiß Disconnect! Ja, sonst wärst du schön bei mir im Team gewesen! Sinnloser rusher mal wieder unterwegs, da mach ich nicht mit! Warum nicht? Weil es sinnlos ist, einfach zu rushen! Oh, Donne versus! Ah! Ja! Edward! Ja, CS! Und noch hilft ihnen immer gut! Plus CS! Edward, dir ist klar, er nimmt auch auf, ne? Ah! 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 Warte mal! Und da kommt ne Bomb! Ah! Und da kommt Edward! Das auch! Boah! Du bist... Ich... Ah! Spray, fertig! Es ist so schwer da hochzukommen! Red, lauf, lauf, lauf! Lauf! Bitteschön! Aua! Oh, ich liebe meine Bomben! Warum Punkt und Punkt? Weil du besser bist als Donne! Ich glaube, der regt sich auch langsam ein bisschen auf! Egal, ist mir fucking egal! Ah, was willst du von mir?! Miooo! Oh, lol! Weg! Weg! Du hast doch noch jetzt gerade einen Assist erst gemacht! Auf dema alan, hier hat man dann noch immer noch kommt! Anja, wie ist das denn? Aber was kann man denn jetzt machen? Oh! Ist das denn da? Nee! Hey ja! im gegner team ist und erst mal damit umlegen und es gefällt werden und dann ist das war kein nein gar nicht nein ich habe überhaupt nicht heute zum ersten mal wieder ein cs gekauft überhaupt ja ich hab jetzt schon zwei monaten lang kein csv und dann versos das muss es immer noch geben ein heck wo er ist rausgekehrsleiter ausgeworfen werden was macht er da ich will rachen lasst mich rachen er hat einen ball da kann ich nicht rachen doch jetzt erst in die hand aua dein dad hat mir wehgetan das ist mir aufgefallen was auf deine kämter wo ist er denn der hat dich gerade gekillt naja der hat mich gar nicht gekillt achso ich habe ihn gekillt wir haben ja dann plus 18 und ich will nicht hinweist haha kill geklaut oh ich kann gerade nicht sein ey nicht dir ich habe ich nicht geklaut woher habe ich mir deine asot zu hauen hä wie soll man mit einer asot schlafen Gott deine fucking bombe naja zumindest habe ich einen mitgenommen und du hast mir ordentlich schaden gemacht und Donne hat den maug verlassen what naaa mann nein warum ok warum das denn ja weil du besser bist als der kann sein warum das denn warum ist Donne weeeeg mann ihr seid alle so fies was habe ich nicht gemacht was habe ich nicht gemacht das weiß ich nicht ja Donne wahrscheinlich klar ja klar deine bombe Donne will wieder rollen ach mann aber kein Tick mann ah kein Tick das geht so nett Alter, ich habe gerade voll die übelsten Decks. Decks. Boah, leckt das gerade voll. Na, jetzt. Naja, zumindest habe ich keine Disconnects. Könnt ihr mal sitten? Wir sind nur vier. Wir sind nur vier. Hä, nein. Wir sind nur... Achso. Wir sind vier. Guck mal. Er ist tot. Oh, der auch. Oh, jetzt haben wir einen neuen S4 da bekommen. Okay, ja, ja. Nein, wir sitten jetzt nicht. Ich glaube, wir sind nur weniger. Endgame. Komm, ich muss wieder raus. Nein. Nein, nicht mehr. Okay, ich komme schon mit zuerst. Ja, klar. Eins. Bombe. Ach, Fick, wie heiß Bombe. Ding, ding. Wer ist das, wer mich da gerade anschreit? Au, ich wurde gebeindet. Eisbind? Hast du es, Kai? Wer? Na, geht doch, endlich. Auch nicht ganz ehrlich. Boah. Erst beindet er mich und dann schaffe ich es nicht, mal ihn zu sparen. Was lohnt? Ah, ist ein Eduard, den ich nicht treffe. Eduard ist der, der bei uns base kämpft. No, CS, ja klar. Ja, nein, nein, nein. Ähm. Einfach mal in die Menge schießen. Boah, weg von der Bombe. Boah. Oh, klar. Ich musste mich von der Bombe wegspammen. Oh, das ist gefährlich. Bomben sind toll. Ja, Mann, auch klar. Ich weiß jetzt schon wie. Na, erst mal spammen. Hallo, Eduard. Ich komme dir näher. Ach, verdammt. No. Ich es einfach nur versucht habe, dich zu spammen. Ja, meine Mäste. Nur weil es sich so schön freut, ne? Ey, guck mir meine Mates an, Alter. Oh, ich habe jemanden gekillt von hier. Bombe. Erstmal nachladen und Eduard zugucken, wie er langsam auf mich zurennt. Duell, naja, okay. Ich habe kaum HP, aber... Ich will essen. Was bin ich einmal getroffen? Nein, der Scha... Stirft alle! Da, Strohsflinsel. Okay, noch. Ja. Was mache ich da eigentlich? Warum lasse ich nicht einfach mal nach? Weil du es nicht kann. Na gut, dann spamme ich wieder. Oh, da. Oh, ich bin tot. Oh, Eduard. Oh, was? Oh, Eduard. Time, es ist ab. Oh, Eduard. Na, Adrian. Darf mich zu beschließen nach Halbzeit. Okay. Oh. Nach Halbzeit ist beschließen unnötig. Super. Jetzt nehme ich meinen Angriffscher, mal gucken, ob ich das jetzt da mit hinkriege. Klammer aufzperrst. Und... Ich glaube, ich hole mir ein Eis. Ja? Eis. Du hast ein... Oder das Schar gewechselt. Ich habe nicht zugehört. Eis. Hey, ähm, du bist Room Master. Wer ich? Cool. Cool. Ich habe ihn als letztes gekillt. Jetzt... Kommen alle wegen Donne rein. Er hat keine Kuchen-Geschmack. Oh, Eduard, komm, mit welchem Set ist es? Wieder Partool oder Pirate-Eis? Hey, was war noch mal meine dritte Waffe? Warte, das muss ich mir nachgucken. Und du hast verdienten zu uns. Ja, hast du es gesehen? Achso, meine dritte Waffe ist hier wieder eine Bombe. Was? Schon wieder? Du hast dir zwei gekauft. Ne, nein, du hast keine... Oh, cool, zwei, HG. Alter, warum stimmt er nicht? Na, jetzt? Ja, das ist ein Tooth. Ich habe daneben nicht geerbt, weißt du? Ach, du hast Anschmelb? Ja, aus hohen Gründen. Du meinst, dein Set ist bei mir noch nicht geladen, übrigens. Ja, ich habe halb Petrel und halb dieses Rosen-Set, klar. Ich bin tief, ich habe dich gegriffen. Oh, ohne. Ich kann hier einfach mal hinterher, um versorgen zu sparen. Ich hau ihn. Ja, ich habe nichts zum Hauen, außer... Ja, egal. Lol, 200 Punkte. Nein, hau ihn. Nein. Au. 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 Wäre er jetzt schon wieder in DC? Hat Edward schon wieder in DC? Das wäre jetzt der zweite in einem Match. Das ist übelst. Okay, in DC. Nein. Ah, DCs war der Win. Schade, Edward war erster. Und kein TD gemacht? Was? Alter, das hat gerade so geleckt, dass ich falsche Attacke gemacht habe. Ja, mich legt das auf, weil... Icewing hat den Raum verlassen. Ja, diese fucking DCs hat keine Ahnung, woher. Und die Aufnahme kommt trotzdem. Die ist geil. Ja. Ja, weil Kim dabei ist. Oh, leckt das gerade so. Oh. Was? Oh, Alter. Manch. Oh, Mann. Wie oft ich dieses Game schon beibekommen habe. Das ist toll. Na, ich auch. Leckt das so. Nee, Kim will erst mal sparen. Dann mal einfach nur nicht versorgen, abzustauben, okay? Wie, ein CS? Äh, ich meine, ein... Sniper. Sniper. Er hat mich gebreakert. So, ich rein ihm hinterher und ich bin auch tot. Ich lasse den Ball. Ja, ich kann nichts machen. Ich bin schon tot. Oh. Oh, er wurde auch gespammt. Ja, hab ich gesehen. Meins, 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 meins. Ach, Kim, du musst auch die 100 Punkte schaffen. Das wird von mir machen. Ich bin auch bereit zu sparen, 4-4 einzugeben, ernsthaft. Ich sollte aufhören zu sparen, nur weil ich zum ersten Mal ein CS usee. Nicht zu essen. Ja, ich spare mir auch gerade die ganze Zeit. Was war's? Oh, ich will jetzt endlich wieder rushen. Ah, ich darf nicht. Warum nicht? Ich werde jetzt raus. Auch aus Geil-Konfi? Nein. Ich kann nicht mehr. Ich bin so blöd zum Spam. Sagen wir mal, wenn mir jemand wieder liebt. Ja, machen wir. Ach, du stehst schon in der Lobby bereit? Ja. Cool. Die nehme ich immer mit. Naja, fast. BAM und down. Oh, lebt noch. Verdammt. Ich dachte, das wäre ein Critical-Hit, aber das war ein ganz leichter Hit. Komm, aber du hast sie gekriegt. Ihn. Sie. Es. Es. Ja. Mir noch egal. Ja, kannst du rein. Join, 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 join. Schnell, schnell. Juhu, er ist wieder da. Nein. Bist du mein Team? Nein, ich war nicht. Schon wieder gegen die Bomben-User oder Anjar? Nö, dieses Mal nicht. Was hast du jetzt? Nichts? Zweiten, ersten, dritten? Dritten. Was ist der dritte? Wieder ein Perl. Nein! Nein, ich sehe schon den Block. Ich sehe schon den Block. Ich sehe schon den Block. Ich weiß schon, welchen Charakter du hast. Der ist eklig. Ich werde niemals mehr ein Titi schaffen. Alter, wie die ganze Zeit draufhaut. Welch? Nein, an dem Punkt nicht. Oh, jetzt ist einer bei uns frei. Nein, doch nicht. Der hat noch nicht hervorgemacht. Hm. Ah, gar. Bei uns ist voll. Schau, das. Oh, fuck. Ich habe gerade nichts getroffen. Oh, ich kann diesen Block nicht leiden. Das ist Edward's Block. Deswegen kann ich ihn leiden, weil es seiner ist. Ich wurde abgeschnitten. Ich bin jetzt bei der Gegner schon in der Base und komme nicht mehr zurück. Ah, die Sendung ist gar nicht. Aua. Boah, Alter, dieses Hendry, ne? Oh, okay, du auch? Du machst erst mal Edward. Ja, muss ich. Seit wann hast du das? Hab ich, ich hab auch gleich aufgepasst oder so. Ah, Mann. Ich wollte ihn. Ich wollte ihn auch. Ich treffe nicht. Autsch. Autsch. Und. Ecken? Ja, klar, immer doch. Naja. Weiter geht's. Komm, das wird vielleicht mein erstes Match sein, wo ich die 300 Punkte knacke. Und sobald ich das sage, bin ich schlecht. Hätte ich sagen sollen. Warum machst du das? Warum machst du das? Ich bin schlecht tot. Au. Gleich, 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 gleich. Geht doch, und jetzt. Also, diese Hendry, die guckt mich so an. Diese Hendry, die guckt mich an. Wo ist Edward? Ach, da hinten war er. Ich würde ihn so gerne im Block setzen. Ich kann immer noch nicht essen, aber mir auch egal. Ah, ich brauche die Handgun. Für Notfall. Au. Wir haben die ersten Hand, ich glaube, das wird schlecht ausgehen. Irgendwie hat ein Aim-Bot. Wer? Keine Ahnung, wo sind die sie? Ah, aua, irgendwie. Oder einfach nur eine Aim-Bot-Waffe. Ja, meine ich auch. Edward, hast du die? Nein. Oh, gut. Aber diese Waffe ist toll. Oh, Mann. Erstmal ein Headdy geben. Oh, leg, 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 leg. Oh, ich hab den Legs. Ich hab gerade im Übel zu FPS Legs. Haut ab, ihr Scheiß Legs. Ne. Kim, an meinem Block kommst du nie vorbei. Warum bin ich vorbeigekommen? Ja, das ist die Frage, ne? Alter, was war das für ein Sentry? Hätte ich gar nicht gesentrikt. Doch. Guck mal, du hast mich gekillt und der Assist war deines Sentry Gun. Ja, ich weiß, mein Block kommt immer noch nicht vorbei. Mein Block wurde noch nicht kaputt gemacht. Oh, da mach ich halt so. Hey, wo ist dein Block hin? Keine Ahnung. Oh, du bist so ein. Hast du überhaupt den Block gefunden? Ja, ja. Wo war der denn? Boah, ich kann nicht mehr. Ein Handtütschule. Niemand nimmt den Ball. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich will den Ball nicht. Der Ball ist scheiße, dann gehen die alle auf mich. Na ja, dann hab ich jetzt den Ball. Ich komm, ich hol mir den Ball. Guck, ich hab nen Ball und sofort werde ich gebeindet. Ich hasse den Ball zu nehmen. Ui, Kimi mit dem CS. Au. Diese Pommes mit Pizza haut mich die ganze Zeit mit seinem Breaker. Ich weiß, das ist voll schrecklich. Ah, da steht ein Sentry. Eben, gehört die Sentry wohl. Eduard. Oh, wir haben auch nen Block. Geil, wir haben nen Block. Lol, what the fuck? Was? What the fuck? Ich hab den noch gekillt, aber er hat nichts gebracht. Ich hab mich auch gefragt. Ich hab den auch einmal gehittet. Boah, meine Fasse. Langsam kann ich nicht mehr. Sentry guckt mich so eklig an, das ist gruselig. Eklig? Ich hab die beste Art, einen Block zu setzen. Dauerhaft neue Block setzen. Ach, nerv mich nicht, jetzt komm ich mit dem CS, ey. Aua, lag, wow. Weil jetzt kommt mir irgendwie eine fiese Sentry an. Okay, kann man doch... Fuck, kommt schon, kommt schon, kommt schon. So. Oh, Headshot. Geil. Glückwunsch. Boah, ich steh im Sentry, nicht? Äh, Kim. Achso. Oh, er ist voll leist. Kann sein. Boah, mit Hand gar nicht. Plus Eins ist. Hi, Eduard. Herzlich willkommen bei Vodafone. Sprayne plus... Ich sag's mal, ja, echt. Warum soll ich laufen? Kämpfen. Ich bin tot. Ich bin tot. Uh, das hat weh getan. Was macht dieser Büffel? Eduard? Ja, toll. Ist klar. Auto-end. Ach, Korbendusch. Run, run, run doch. Aber... Denk dran, mein CS ist da. Autsch! Merkt ihr, mein Buhn voll in die Fresse gerät ist da? Nee, jam, jam, jam. Boah, voll in die Fresse. Jam, jam, jam. Zum Break dabei? Du spielst, aah! Oh, du spielst bad. Ich weiß, das hat mir vorhin voll einigen... Schlagwort. Ja, schick. Schlagwort. Oh, komm, jetzt sollen wir doch nochmal wieder zu Glück machen, du. Ja, und danach brauch ich noch einen Vierer. Guck mal, ich hab meinen Block unverdeckt hingestellt. Toll, in die Base, ja, da ober. Hä? Nein, mein Block ist... Ist ja in der Luft. Irgendwo da oben ist, ja. Tot. Au. Lass mich mit Rebo gauen. Tot. Tot. Ja, weg. Fart doch mal auf mit dem CS, Ben. Ernsthaft. Kleine Kinder. Ja, mal gucken. Was gegen kleine Kinder? Mein Ball, mein Ball, nein, dein Ball. Das braucht den Ball nicht. Au. Jetzt brauch ich den Ball. Auch wenn ich ihn gar nicht nehmen wollte. Boah, erst mal... Ey, du hast die 300 Punkte geknackt. Ich weiß. Rot. Wenn Eduard... Nein! Wenn Eduard rennt, ist es immer gefährlich. Ich kann mich noch an das andere Tunnel-Match erinnern. Boah, der hat sich abfungiert, das Connect. Achso. Aber jetzt ist es plötzlich so geil, wie du... Stehst du ja. Wer hat mir mein Ball nicht klaut? Ich hoffe nicht, dass die Folge jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, irgendwas fehlschlägt oder so, weil... Dass plötzlich jetzt irgendwie X-Trap kommt oder so. Ja, das wäre mir egal, weil ich hab ja auf... Oh, ich hab ja auf... Oh, ich hab ja auf... Weil dann hätte ich auf Bildschirm, was ich bisher alles geschafft habe. Stirbt alle, ey! Meine Fresse! Au. Ich hab fast die Idee geschafft, man pusht mich irrsum. Das mit Revo. Ups. Ich war Eduard. Nein, das war nicht Eduard. Nein. Äh, irgendwie schau ich mich nicht den Ball zu nehmen. Jetzt schon. Ich komme, ich bin nur sehr, sehr weit weg. Ich bin... Ich kämpf mich durch. Ich nehm einfach den Ball. Hallo. Schlagwort, eiskalt... Was? Scheiße. Was? Ich hab eiskalt reingepusht. Hey, ich hab dich schon... Über zwei Team ist geholfen. Nice. Nur so, bam. Ey, Marmichelle schreibt jemand, wer war das? Ja? Ja! Bamm. Hilf mich zum Lachen zu bringen. Och, herrlich. Boah, wär's nicht gestorben, hätte ich... Nein! Und Ihnen nochmal danke, dass du mich in den Teele reingepuscht hast. Auch wenn ich's fast nochmal vermasselt hab, weil ich mir zuerst nicht so gut dashen kann. Buh! Boah, ich hab die falsche Waffe. Ach, halt, lass, damitатиhen. Ach, komm! Das hat weh, er hat uns alle weggeschlagen. Ach, irre schilf! Geil. Na ja, komm, hör auf, hör auf. Nicht bis hin, ich bin durch. Ach! Oh, 50 Dank. Ich würd mal sagen, geh, geh. Oh, du bist tot. Oh, dieses Mal mal die Langsuche, die ich bisher hatte Also dann 344 Punkte Also dann, bis zur nächsten Folge Tschau